HTTPS oder Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS basiert im Prinzip auf TLS. Das TLS-Protokoll verschlüsselt den gesamten Application Layer, wie jetzt zum Beispiel HTTP, und überträgt diesen komplett verschlüsselt. Am Empfänger wird dieser Stack quasi wieder entschlüsselt und der Application Layer quasi kann wieder vom Empfänger verarbeitet werden. Bei HTTP ist das entsprechend so, dass sowohl der HTTP-Body als auch alle HTTP-Header durch das TLS-Protokoll verschlüsselt werden. TLS wird nicht nur für HTTP eingesetzt, sondern auch für E-Mail-Protokolle wie IMAP, BOP3 oder SMTP. TLS ist ein hybrides Verschlüsselungsverfahren. Wir schauen uns auf dieser Folie den Verbindungsaufbau, wie er im TLS-Protokoll stattfindet, genauer an. Der Prozess startet am Client. Der Client sendet an den Server einen verschlüsselten Verbindungswunsch. Der Server antwortet mit einem signierten Public Key. Dies nennt man Zertifikat. Der Server hat seinen Public Key durch eine Zertifizierungsstelle signieren lassen. Und dieses Zertifikat sendet er an den Client. Der Client prüft das Zertifikat. Das heißt, der Client hat Zertifikate von Zertifizierungsstellen integriert und kann dadurch prüfen, ob der signierte Public Key, den er vom Server bekommen hat, gültig ist. Wie dieser Prozess aussieht, das haben wir uns im Video Digitale Zertifikate bereits im Detail angesehen. Wenn das Zertifikat gültig ist, generiert der Client einen Session Key. Dieser Session Key wird dann verschlüsselt mit dem Public Key des Servers an den Server gesendet. Der Server hat seinerseits einen Private Key, mit dem er die Nachricht, in der der Session Key übertragen wurde, entschlüsseln kann. Beide sind dann im Besitz eines symmetrischen Session Keys und die gesamte weitere Kommunikation wird über diesen symmetrischen Session Key verschlüsselt. Die Frage stellt sich nun, warum wird dieser ganze Aufwand betrieben und die ganze Kommunikation nicht asymmetrisch über den Public und Private Key verschlüsselt. Einerseits hängt dies zusammen damit, dass der Rechenaufwand der asymmetrischen Verschlüsselung viel höher ist als bei der symmetrischen Verschlüsselung und andererseits ist es so, dass der Client keine Public und Private Key Paare vorrätig hat und somit kann der Server keine verschlüsselte Kommunikation oder könnte der Server keine verschlüsselte Kommunikation an den Client durchführen. Durch diesen symmetrischen Schlüssel haben beide eben einen Schlüssel, mit dem sie eine Verschlüsselung durchführen können und der Client braucht nicht, ein Public-Private-Key Paar zu besitzen. Schauen wir uns dies am Beispiel der Fachhochschule Kufstein an. Wenn wir die Webseite der Fachhochschule aufrufen, sehen wir am Schloss-Symbol, dass dies über HTTPS passiert ist. Wenn wir auf das Schloss-Symbol klicken, können wir uns das digitale Zertifikat ansehen. Wir sehen dort unter anderem, für wen dieses Zertifikat ausgestellt ist, von wem dieses Zertifikat ausgestellt wurde. Hier, Let's Encrypt als Zertifizierungsstelle. Es ist auch eine Gültigkeit des Zertifikats vorhanden und wichtig auch natürlich der Fingerabdruck, der Hash-Wert, den wir eben vergleichen müssen, um eben zu prüfen, ob dieses Zertifikat gültig ist. In den Details sehen wir unter anderem auch den tatsächlichen öffentlichen Schlüssel, der im Zertifikat hinterlegt ist. Hier am Beispiel sehen wir, dass dies ein Schlüssel aus 2048 Bits ist. Mit diesem Schlüssel wird quasi dieser erste Key Exchange, der am Client generiert wurde, an den Server gesendet. Verschlüsselt natürlich über diesen öffentlichen Schlüssel. In den Einstellungen des Firefox-Webbrowsers kann man alle Zertifizierungsstellen, die im Browser out of the box integriert sind, ansehen. Dort ist zum Beispiel auch diese Let's Encrypt-Zertifizierungsstelle integriert und das Zertifikat dieser Zertifizierungsstelle ist dort integriert. Das heißt, wenn jetzt ein Web-Server, der seinen Public-Key über Let's Encrypt signieren lassen hat, diesen an den Client sendet, kann der Client mit dem Zertifikat von Let's Encrypt, das er hier lokal im Browser integriert hat, prüfen, ob dieses Zertifikat gültig ist, das er vom Web-Server bekommen hat. Fassen wir zusammen. Kurz gesagt, HTTPS basiert auf TLS. Das heißt, das HTTP-Protokoll an sich wird einfach gesamt über TLS verschlüsselt. Das inkludiert sowohl den Body als auch alle Header des HTTP-Protokolls. TLS ist ein hybrides Verschlüsselungsprotokoll. Der Web-Browser hat eben Zertifizierungsstellen hinterlegt und damit kann er die Zertifikate, die er vom Web-Server bekommt, prüfen. Das símbol ist Ihnen möglich und damit kann er ein künger Aufs Werkbuch zum dim rem